hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch ein kostenlosen tool zeigen der wirklich sehr praktisch sein kann vor allem dann wenn programme als administrator ausgeführt werden müssen das aber von benutzer die keine adminrechte haben und sollen auch keine bekommen also wenn ein standard benutzer ein programm startet der irgendwie adminrechte benötigt wird er normalerweise aufgefordert das adn passwort einzugeben wenn er es nicht kennt kann er das programm eben nicht ausführen als admin oder ja zumindest nicht im vollen umfang vielleicht nun wenn das der fall ist da kommt uns das kostenlose run als tool direkt zu hilfe und zwar können wir mit dem tool die programme festlegen die ja ein standard benutzer mit adminrechte starten kann ohne dass er das admin passwort kennt beziehungsweise eingeben muss ich habe das jetzt schon heruntergeladen das ist ein portables tool muss also nicht installiert werden den link findet ihr bei interesse ja unter video genau ich starte das jetzt einfach mal zack als admin logischerweise hier brauchen wir noch mal das passwort und genau noch mal bestätigen hier und nun ja gelangen wir hier direkt auf der administrator interface hier ja das tun hat auch noch mal eine user interface das werden wir gleich sehen und nun können wir hier direkt und sehr einfach per drag and drop einfach beliebig hier oder ja die entsprechenden programme hier hier einfach ziehen und loslassen ja also einfach hier hinzufügen und ja somit festliegen welche programme der standard benutzer ausführen darf als administrator ohne das adn passwort einzugeben also wir geben hier quasi einmal für die ihm einmalig genau ansonsten hat das tool hier ja die optionen ist ziemlich übersichtlich hier und einfach zu bedienen finde ich was vielleicht genau was vielleicht noch wichtig ist hier oder zu beachten ist die option hier vor dem lauf die datei große überprüfen ja dass die haken hier gesetzt ist damit der standard benutzer vielleicht nicht auf die idee kommt irgendein programm der hier hinzugefügt wurde ja um zu benennen und das dann als admin auszuführen ja das ist sozusagen eine sicherheitsoption hier vielleicht auch ganz wichtig ansonsten hat das tool hier so eine art backup funktion hier über datei liste exportieren ja ich mache das jetzt einfach mal sagt hier haben wir unsere backup liste bei bedarf können wir diese wieder importieren genau wir schließen das jetzt einfach mal und wenn ich jetzt was wollte ich jetzt genau irgendwas jetzt hier starte dann ups werde ich zwar aufgefordert das noch mal zu bestätigen als admin muss allerdings das passwort nicht eingeben und das programm das tool startet dann eben direkt das kann ich dann als standard benutzer wie gesagt benutzen im vollen umfang eben wenn ich dass ich wollte es noch mal ganz kurz starten ich denke mal genau wenn wir jetzt starten dann ist das jetzt hier die user interface quasi sozusagen ja das war es auch schon alles ich fand das so ziemlich praktisch und nützlich wenn man es braucht eben und dachte ja ich zeige dass euch auch mal in der hoffnung dass ich euch da weiterhelfe genau abonnieren nicht vergessen wenn ihr fragen oder anregungen habt wie immer ein kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten mal